Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Die Kamera steht irgendwie falsch. Und Leute, heute machen wir eine Brawler Erraten Challenge. Und ich werde Brawler machen und ihr müsst die zu Hause erraten. Also vom Brawl Stars Leute, wer es nicht kennen sollte, checkt's ab. Und Leute, lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert meinen Kanal. Und ich will sagen, ich kann das so schlecht Leute. Ich habe mir 5 Brawler rausgesucht. Let's go. So, wir fangen an mit den ersten. So Leute, ich mache jetzt den ersten Brawler. Und das werdet ihr sehen. Let's go. Okay Leute, das ist der erste Brawler. Habt ihr ihn schon erraten, Leute? Es ist Dynamike. So sieht das Ganze eigentlich in echt aus, Leute. Ja Leute, also ich habe es auf jeden Fall richtig scheiße gemacht. Okay Leute, es geht weiter mit dem nächsten Brawler. So Leute, ich werde jetzt den nächsten Brawler machen. Und ich wette, ich werde es so hart verscheißen. Let's go. Let's go. Nice. Leute. Oh mein Gott, war das so. Hier ist nochmal der echte El Primo eingeblendet. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so hart. Okay Leute. Die Brawler sind auf jeden Fall schwer nachzumachen. Und Leute, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Brawler. Let's go. So Leute, der letzte Brawler war eigentlich El Primo. Also hier nochmal El Primo eingeblendet, Leute. Und ich glaube, die meisten haben es auch erraten, Leute. Und jetzt kommt der nächste Brawler. Let's go. So Leute, das ist der nächste Brawler. Ich und Ami sind auch da. Was? Ich und Ami sind auch da. Ja. Ami und Karl sind auch da. Er sagt Hi. Hi. So Leute. Ich meinst den nächsten Brawler. Let's go. Wer bin ich? Spike. Spike. Wartest du mit dem Brawler? Ja, was? Wartest du mit dem Brawler? Nein. Es kommen ja noch zwei, Leute. Spike. Ja, Leute. Die echte Pose sieht genau so aus. Ja, Leute. Okay, das war die echte Pose. Und, äh. Warum lachen wir so? Okay, Leute. Jetzt kommt der nächste Brawler. So Leute, jetzt kommt der nächste Brawler. Nein, Karl, sei leise. Okay, jetzt kommt der nächste Brawler. Let's go. Let's go mit dem Brawler, Leute. Okay. 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 Nächste Pose. Oh, ich dachte, hier wäre die Kamera, aber nee. Okay. Leute, erst mal 8-Bit. Leute, hier seht ihr jetzt die richtige Pose von 8-Bit eingeblendet. Ja, Leute. Das hier ist die richtige Pose von 8-Bit. Ja, Leute. Jetzt will ich auf das Video binden. Also, das war... So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, abonniere mich auf den Kanal. Und wenn... Jungs sagt tschau. Tschau. Tschau, Leute. Tschau. Tschau, Leute. Und dann muss ich dir noch verkündet, weil ich bin hier. Und ich werde auch ein neues Video ausbringen. Du, Alter, Imposter. Tschau.